Wunderschön siehst du aus. Wir sind vom Sonic Seducer. Wie heißt du denn? Ich bin Kat, Kat Creon, ein Tattoo-Model aus dem Ruhrgebiet. Oh, sehr schick. Sag mal, was macht denn das WGT für dich aus? Worauf freust du dich am meisten? Auf alles. Natürlich ist das viktorianische Picknick das Highlight, aber es ist einfach nach Hause kommen. Leipzig ist für mich nach Hause kommen. Sehr schön. Und schaust du dir auch Bands an? Ja, natürlich. Welche Bands? Heute Abend gucke ich mir Peter Heppner an. Den finde ich einfach super klasse. Und ja, mal gucken, was sich noch alles ergibt. Ich habe ja gehört, die Editor spielen auch am Sonntag, ne? Ja, da freue ich mich riesig drauf. Nur leider erst so spät. Ich hoffe, ich schaffe das noch. Und die Flügel sind ja auch schwer. So ist ja nicht. Genau. Aber von einer wundervollen Designerin gemacht, extra fürs WGT. Ich freue mich riesig, dass ich sie hier tragen darf. Ja, sehr cool. Welche Designerin ist das? Das ist Florina Wings. Die kann man auf Instagram finden. Und die macht Flügel auf Mars am Fertigung. Einfach super. Das ist ja gut zu wissen. Und ganz zufällig hat sie eine Modenschau auf dem Meraluna. Da sind wir auch. Und ich auch. Du bist auch auf dem Meraluna? Ja, natürlich. Als Tattoo-Model für Florina Wings. Mit meinem Mann zusammen laufen wir für sie. Ja, sehr gut. Perfekt. Dann würde ich sagen, sehen wir uns dann auf dem Meraluna. Ja, auf jeden Fall. Es war mir eine Freude. Und vielen, vielen Dank. Auf Wiedersehen. Moin. Der Flo vom Sonic-Studio ist ja hier auf dem viktorianischen Picnic. Hallöchen. Du siehst ja wunderschön aus. Meine Güte. Wie ist dein Name? Caro. Hi, Caro. Hi. Sag mal, was bedeutet denn das WGT für dich? Worauf freust du dich am meisten? Dass ich das hier ausführen darf. Das Ganze ja. Ich darf mich hier zu Hause fühlen. Ich darf hier so sein, wie ich bin, was du in der normalen Realität nicht sein wirst. Es sind alle so freundlich, alle so rufsbereit, alle so lieb, was es für mich wird. Und hast du das selber gemacht, die Früge? Ich habe sie machen lassen von einer ganz, ganz lieben Frau aus Gunzenhausen. Liebe Grüße an Wings4U. Genieß es. Sie sehen ja sensationell aus. Na? Und freust du dich auch auf Bands beim WGT? Oder auf welche Bands freust du dich am meisten? Hm, da muss ich kurz zurück spoilern. Wir waren bei Rammstein. Die übertreffen halt jetzt alles. Aber die Bands, die hier aufkommen, kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Aber mehr Kultur. Okay, sehr schön. Friedhofer, Friedhofsbesichtigungen. Und welche Musik, welche Bands freust du gerne? Querbeet, Saltatum Mortis Fersengolt. Die kommen leider dieses Jahr nicht. Aber eben nur mit Leidermarkt morgen Fuß auch wunderbar. Ja, dann sehen wir uns morgen nochmal auf dem Mittelaltermarkt. Wunderbar! Sehr gut. Und sie macht die Flügel auf. Besser kann man ein kurzes Interview nicht beenden. Vielen Dank, Carol. Ich sag danke. Viel Spaß euch noch. Ich sag danke dir auch. Viel Spaß auf dem WGT. Danke. Ciao, danke.